Hi, ich bin Ruth und ich spiele Mün und ich bin die Henrike und ich spiele München. Wir haben heute unseren letzten Freetag, der 16. Staffel und ab September drehen wir dann die 17. Staffel weiter. Wir wünschen euch super tolle Ferien, tolles Wetter und einen großen Badespaß. Okay, bis bald. Also bis dann. Ciao.